und durch schicken Einladung die Bündnis beigetreten ach so ok du bist das Schiff noch habe ich keine Meldung bekommen er lädt und lädt definitiv geht das Wasser schon drinnen ja wir lassen einfach jetzt mal fertig und wenn ich nicht schick's mir einfach noch mal Einladung mh 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 mit der Obstel ist bei dir jetzt steht dort beitritt mh 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 und kannst bewegen gut Prozent hier hinten ist noch ein Fakt den habe ich noch nicht geöffnet genommen weil du nicht da warst hier das Buch ok kannst du auch aufnehmen aber es muss nur ins Club später aufnehmen ich hab's jetzt also ich hab's aufgenommen ja vor dem muss jeder aufnehmen ja ja muss jeder aufnehmen also wenn du irgendwas findest Fakt oder sowas hinweist muss jeder aufnehmen hier so eine Quest ich muss ich das Zeug auch nehmen und nein nicht ich hab's jetzt mal warten ja hier vielleicht ist es noch Zeit zu finden wenn du da bist du da bist du da bist du kannst du mich wissen wo sie sind ich weiß die Verlorene SURE Maggie und berichtet die wo sie ist Schwierigkeiten ist gerade einfach Belohnung und Trauerung EIP Cash ähm da zum Beispiel kriegst du keinen Hinweis wo sie ist so auch nicht mehr was du findest zu tun so wenn die Hatschie singen brauchen wir nicht Paddel, hast du dir genommen? ok, nochmal raus jetzt weiß ich wo man Waffen wählen kann ja, ähm, mittlerem Mausrad reindrücken da war auch nochmal ein Paddel muss aber wenn die Waffen kaputt sind musst du im Inventar wieder reinlegen oh ja ich hab jetzt drei Paddels also ja, auch wenn die kaputt sind musst du im Inventar die in die Hände legen da ist noch Besenstiel Besenstiel, abgenutzt oh, Energie trinks du findest genügend Paddel, ja auch noch nicht ach so, warte mal, ähm du musst, wir müssen auch bei Quest immer dieselbe anwählen wir haben jetzt zum Beispiel die Verlorene ange... ne, du hast zum Beispiel noch Schlüssel zum Leben angewählt ja, wo ist, wo ist Questlog L ja, wo ist, wo ist Questlog L ja L oder I, ich weiß nicht, hier genau, jetzt hast du auch angewählt aber, wir haben keinen Hinweis wo die ist ja, mit dem... möchtest du erst den Nebenquist mal ich will alle Quists machen eigentlich aber wenn wir nicht wissen wo die ist dann ist das Problem, dann können wir uns durchs hier liegt noch ein Rohr, ein rostiges nimm ich mit vielleicht können wir uns mit irgendwas basteln und hier aus dieser explosiven Fässer und hier aus dieser explosiven Fässer dann wird die auch mit dem Gebastel besser sein äh, wenn du auf hier explosive Dinger da drauf siehst warte bitte, wenn sie weg sind weil die haben einen unglaublichen Radius die Optik zum Schießen ansonsten können wir auch die Hauptquest machen vielleicht... doch, dein Paddel rechte mal aus, dass sie gedrückt halten und dann... dann... ähm... ich denke mal Hauptquest machen ha 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 hast du ihn gekillt nein, nein, ich muss... ja, wir nehmen eine Metallkiste gefunden eine Metallkiste und gute Sachen drin wie ein Boot? ist nix äh, mach mal die Hauptquest zum Ziel den Schlagring dran hast du da? hm? die Hauptquest zum, äh, aktivieren weil wir wissen eh nicht, wo wir die Mackie suchen sollen ich werd irgendwo mit rumgammeln äh, hier oben müssen wir hochfahren ja, ja, ja bisschen rumsuchen, man oh, hier jetzt noch ein Paddel Energy Drink ich suchte gerne wir alles ach so, ja, gut an Häusern hab ich auch schon Brechstamm oder Rohr oder sowas gesehen auf Alkohol äh, da sitzt der noch ist das ein Zombie? ja, oh, Zombie hey stopp F-Drucker, Higi und F-Drucker daun guter Link was er ist? ja, F ist Kopf zu manchen, glaube ich hab ich gelesen da kann man gar nicht rein noch mal Paddel abgenutzt ne, nicht alles im Ganzen aber es gibt ein Beispiel hier wenn es auch gibt es war ein Jahr so, und ich glaube, dass jemand drin was ist es wird ein es war auch das Struktur das, das auch, ob aus kann man nicht öffnen, deswegen, oida! Ja, guck mal! Bip! Lol! Ich hab dich geratscht, da fall ich um! Ja! Friendly Fire, oder was? Oida! 7 Dollar verloren! Einmal frei! Super! Weil du im Weg standst! Ja, ja, jetzt was ich will! Und klar, du bist das Geld einsam mit mir! Ja, Kisser! Gut, ein Veitsum war auch toll! S-Wach, zwar das Tauchermesser! Ich kann es gut werden! Ich gebe die Sport! Hehehehe Auf- und-Zombie! Ja, zu sehen, ob uns schon ist! Du bist ein多er. Erstmal drücken Sie es nicht. Today, wieder gehen wir vorbei! Hey, der rennt mir vorbei! Oh! Oh, leck! Ja, den musst du retten. Oh, mein Paddel ist kaputt. Aufstieg! Keine Ahnung. Zeitlupe. Oh, fuck! Fuck, fuck! Du willst mit mir kommen? Fuck! Fuck! Jesus, du willst mit mir kommen? Ich sammere alle Suppe, die ich finden kann, auf dem Wattesportverleih. Vielleicht findest du etwas, das... Ey, du hast ja schon Nägel dran an deinem Bretter. Ja, komm her, gelockt. Bist du drauf? Oh, da ist er... Irgend so ein Symbol. Alter, der Typ legt bei mir viel rum. Ach, das ist der Wattesportverleih. Ja, bei mir auch ein bisschen. Hier liegt wieder ein Fakt. Auf dem Kompierer. Ich hab' den Tisch. Ich hab' den Tisch. Da auf dem Tisch. Guck'n'schon. Ich hab' den Tisch und dann gehen, um meine Wrau zu treffen. Ich hätte da zu Hause mit dir. Ich hätte da mit dir weinen. Sonst nix drin. Ich hätte da mit dir weinen. Nö, hier ist eine Schaufe. Oh, die ist das auch. Oder Tür, wo man reinkommt. Und da hinten ist eine Werkbank. Oh, schau, ich hab' dich ja ausgerüstert. Vielleicht find' ich etwas, was wichtig ist. Ach, Werkbank. Ach, da hinten. Alle werden auch noch zu wenig Gegenstände haben, denke ich mal. Keine Ahnung. Ich sag' mir, der wollte ja, wo sie sieht. Luke. If you can hear me. Stock. Was sagte man, Luke? Das Insulin im Badezimmer auf dem Regal. Ich brauche es schnell, Bruder. Bungalow Nummer 20 müsste man haben, den Typen zum Helfer. Blo, ich hab schon einen Plan, wo Nummer 20 ist. Ja, der will eh erstmal bloß Bier haben. Insulin. Das verreckt jetzt. Ach, Insulin. Oh, Zombie. Hier liegt noch ein Besenstier. Wer ist besser als ein Paddel? Eben, hau vor. Wer ist besser als dein Ding, du? Boah. Hm? Hm? Stirb, n***a b***h. Stirb, n***a b***h. Ah, anscheinend wird das Geld doch geteilt, weil bei mir steht es 7 Dollar aufgenommen, 11 Dollar aufgenommen. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was zur Hölle? 4. Ich hab den schon aufgenommen können. 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 Mein Paddel bricht, glaub ich, das schaut ja krass aus. Ja? Das ist 6 Dollar oder wie? Ah, ich hab den schon aufgenommen. Ah, bei mir sehe ich das meinst du bald zu bricht, du. Ah, hier hast du so viel Waffen dabei? um soweit ich weiß dass die insel komplett frei begehbar also wir können die erwischt lösung nur wo als definierter war zurückgehen er auch in der hauptwürste auch noch folgen und es gibt mir wieder wir können wir so drüben noch hingehen da sind ich bin fähigkeitspunkte füllen ein ich würde eigentlich in den beachball gegen den alkoholobstamm gibt es bestimmt was ja da drüben sind wir nicht mehr so wie es ist besser ich bin natürlich zurücklaufen also immer greift, ey, mal linke mach ich, dass der immer recht gemacht wird. Oh ja, Kopfzerwein. Geil. Und der Waffe wird auch immer schön blutig. Au. Das ist wohl schon ganz schön blutig, jo. Oh, der hat ein Puzzle in der Pisser. Geil. Das ist viel, brauchst mein Energie trinken. Oh, Alkohol. So, oder noch ein Bier, darum noch immer. Oh, hier waren. Da drin ist irgendwo einer. Und die muss die Tür aufbrechen, damit die reinkommt. Da drin, Tür von der Seite ist man auch noch. Geht bloß dir. Ja, hier, der ist rechts in der Ecke. Boah, zwei, hinter dir. Oh, meine Waffe ist kaputt. Oh, meine Waffe ist kaputt. Bam. Bam. Jetzt noch mal. Ich liebe die Preise. Das ist für jeden. Oh, das ist ja kraftloses Brecheisen. Sein. Das ist meins, das ist grobig für mich. Doch, ob das Robas hier auf dem Boden liegt, kannst du nicht aufnehmen. Das ist meins, das ist grobig für mich. Ja, das ist meins, das ist grobig für mich. Ja, das ist meins, das ist grobig für mich. Bei mir ist es noch...